Wo befinden wir uns denn jetzt hier? Im Halligpaar. Was machen wir jetzt noch so? Wir stehen hier rum. Und mir ist kalt. Ja, wo ist denn kalt, wo ist meine Jacke? Obwohl in der Sonne geht's. Was ist denn ein Baum? Was ist denn ein Baum? Was ist das? Keine Ahnung, gucken wir mal. Das ist eine Bäckerei. Das ist ja viel, was ist denn das? Wie so eine Teigtasche irgendwie. Genau, das kenne ich gar nicht. Das kennt man so gar nicht, ne? Nee. Kann ich jetzt heißen? Nein, nein. Ich hätte echt für ein schönes Mann zu sein. Ja. Kannst du jetzt auch gleich kalt surfen gehen? Ja sicher. Mein Hobby. Wie jeder ankommt. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Nein. So was denn? Da ist ja gerade so richtig hoch geflogen. Sehr schön. Das sah gut aus. Wäre das eigentlich einfach so ein Sport für dich? Vielleicht. Vielleicht. Okay. Ich denke es ist mir sehr schwer. Kann schenken aber. Macht bestimmt Spaß. Man kann sich ganz schön doll wehten. Ja. Hast du mir nochmal kurz die aktuelle Problematik erklärt? Ich hab Hunger. Ja, okay. Du nervst mich wegen der Welt. Achso, genau. Damit wir die noch hören können. Ja. Die Lockerloch nicht anfängt. Auch um halb sieben nicht. Nicht hoch. Ja, aber da ist so ein Stand mit Essen. Aber das willst du nicht essen. Das ist nicht zu essen. Das ist... Das steht morgen auch noch da. Weil ich bin stolz. Ja, du bist stolz. Okay. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Okay. Weil ich Hunger habe. Irgendwas schlechtes Auto. Ich lebe keine Jacke mit. Ich brauche keine Jacke. Ist ja cool, ob ich die Tür zu kriege. Ja. Warte schicken. Oh, nicht schlecht. Hi. Hallo. 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 Dann fangen wir mal schnell wieder zurück. Und machen wir das Essen. Das war cool. Gucken wir das? Was ist denn das für eine? Eiskalte Engel. Zeig mir nichts. Das ist ein Film aus den 90ern. Können wir mal machen. Kannst du mir mal angucken, wo ich mit dir rede? Ich guck mich doch an. Auf meinem Handy. Mir egal. Ist mir egal. Was hast du gefragt? Wanns fertig ist. Achso. Ja. Ich glaube jetzt. Dann können wir die immer schnell. So. So. So toll da auch schneiden? Ja. So. 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 Wir müssen noch das mysterium im Kleinen. Warum ich nur die grünen Paprikas habe. Ja. Die ist ekel. Die ist nicht ekel. Die hört dazu. Die ist lause lecker. Die benutzt man zum Kuchen. Aber nicht zum Rohessen. Nein. Das ist bestimmt mega die Diskussion. Kannst du ja kommentieren lassen. Wer alles grüne Paprika roh ist. Rote für die grüne Paprika. Nee. Ich würde eh verlieren. Locker. Es gibt so viele die die grüne nicht essen. Weil sie nicht schmeckt. Zumindest rohend. Das stimmt gar nicht. Ja. Grün. Ciao. Mhm. Die sind gut. Und die... Und die schmeckt auch. Aber die nicht. Mhm. Und die. Sehr wach. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist noch nicht mal. Hm, das ist schön. Ist das noch ein Video für heute? Ja. Okay. Und tschüss. 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 Tschüss.